Extrem bequeme Funktionsunterhose oder eine schicke und weiche Trainingsteil? Mit der Nike Pro Hyper Warm Engineered bekommst du beides. Der besondere Streifenlook und das feine kuschelige Material sind die Highlights dieser Hose. Und da der Stoff sehr leicht und atmungsaktiv ist, eignet sich die Hose auch sehr gut zum Drunterziehen. Die Funktionsfasern lassen den Schweiß sofort nach außen verschwinden. Die Elastizität des Materials sorgt für viel Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort. Zum guten Sitz der Hose tragen aber auch der breite und elastische Bund sowie der eng anliegende Schnitt der Hose bei. Mir persönlich gefällt sie, weil sich ihr Innenfutter sehr leicht, weich und bequem auf der Haut anfühlt, sodass man sie oft und gerne anzieht. Egal ob du sie als Funktionsunterwäsche an kalten Tagen oder als Trainingshose für deine Workouts und Läufe einsetzt, die Nike Pro Hyper Warm Embosed Tide ist auf jeden Fall ein vielseitiger und sehr gemütlicher Begleiter. Und du bekommst sie natürlich über deine Runners Point Filiale oder ganz schnell und einfach hier im Online-Shop